DAB Plus ist eine Norm, welches dem Transport des Formates AAV2 dient. Das heisst, besseres Kompressionsverfahren und bessere Qualität als Ampeg Layer 2. DAB Plus ist wie UKW, aber mit mehr Sender, bessere Qualität, dank dem Digitalradio. DAB Plus ist jetzt, ist gratis und ohne Abo. Um sicher zu sein, DAB auf Ihrem Radio empfangen zu können, haltet nach dem DAB Plus Logo Ausschau. Entdeckt die Sendungen und Programme, die Euch erwarten, auf der Homepage digitalradios.ch